So ist gut, komm, 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 nicht aus. Halt den Aussen, halt den Aussen, halt den Aussen, halt den Aussen. Halt den Aussen. Siehst du, wenn er zu fahren kann, dann ist es dann besser. Wenn er zu eng geht, ist es ein Problem. Das ist aber auch ein schöner Hindernis. Und jetzt warten wir, meine Damen und Herren, für die Bestes in der Dressage. So in der Liga, der Overnight-Leader... Halt den Aussen!